2023 Rententurbo starten, vorzeitig in Rente gehen und clever anrechnungsfreien Hinzuverdienst nutzen, um Rentenabschläge auszugleichen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2023 geht schon wieder in Sachen Rente volle Kanne los. 2023 wird das Jahr des vorgezogenen Rentenbeginns, das Jahr der vorgezogenen Altersrente. Es wird geschätzt, dass von 10 Neurentnern ungefähr 6 dabei sind, die früher, also vorzeitig in Rente gehen, davon nochmal die Hälfte einen Rentenabschlag beim früheren Rentenbeginn in den Kauf nehmen. Und das kann im Einzelfall finanziell richtig wehtun. Und genau diesen Abschlag kann der vorzeitige Rentner, weil er super clever ist, wieder ausgleichen und der Rentenkasse und dem Finanzamt sogar ein dickes Schnippchen schlagen. Unser vorzeitiger Rentner nutzt einfach den anrechnungsfreien Hinzuverdienst aus, den er oder sie ab 2023 neben der vorgezogenen Rente haben kann. Wir wissen ja, ab 2023 gibt es keine Einkommensanrechnung mehr an eine vorgezogene Altersrente oder richtiger gesprochen Hinzuverdienstanrechnung mehr. Und es gibt zwei Wege, die der Rentner gehen kann, sogar doppelgleisig bildhaft gesprochen. Der erste Weg, zum einen kann der Abschlag zum Teil oder voll je nach Höhe des Verdienstes neben der Rente wieder ausgeglichen werden, weil durch den Verdienst noch Zuschläge an Entgeltpunkte dem Rentenkonto unseres Versicherten oder der Versicherten gutgeschrieben werden. Unser Rentner oder unsere Rentnerin kann dies so lange betreiben, bis sie entweder, bis sie oder er entweder die Regelaltersgrenze erreicht hat oder darüber hinaus sogar, dann bedarf es nur eines schriftlichen Verzichts auf die Versicherungsfreiheit, dann werden auch über die Regelaltersgrenze hinaus Entgeltpunkte gutgeschrieben. Dann sogar mit dem Effekt, dass noch der Zugangsfaktor für die nach der Regelaltersgrenze gutgeschriebenen Entgeltpunkte jährlich, wenn man also ein Jahr nach der Regelaltersgrenze noch arbeiten geht, um 6% erhöht wird. Nicht schlecht, oder? Wer zahlt Ihnen heute 6% Zinsen auf eine konservative Geldanlage? Ich glaube, die Sparkasse macht das nicht oder Allianz auch nicht. Der zweite Weg. Wenn Sie eine vorzeitige Rente mit Abschlag erhalten und noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben, können Sie die Abschläge durch zusätzliche Beitragsleistungen ausgleichen. Warum nutzen Sie denn hierzu nicht einfach Ihr Nettoeinkommen aus dem Verdienst neben der Rente, den Sie ab 2023 ja anrechnungsfrei haben können? Wer einen Verdienst neben der Rente hat, muss stark mit dem Finanzamt rechnen. Das heißt also, Sie dürfen sich auf zum Teil ordentliche Steuerforderungen, also Zahlungen an das Finanzamt freuen, wenn Sie Rente und Hinzuverdienst haben. Warum drehen Sie da nicht einfach den Spieß um und zeigen dem Finanzamt, dass Sie gar nicht so sehr auf den Kopf gefallen sind? Also zahlen Sie nach Abforderung einer besonderen Rentenauskunft zur Minderung der Abschläge bei vorzeitigen Rentenbeginn einfach zusätzlich neben Rentenbeiträgen aus Ihrem Bruttoverdienst noch weitere zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse zum Ausgleich des Abschlags ein und sparen sogar damit noch richtig Steuern. Wie es geht, ganz einfach, 2023 hat der Gesetzgeber sich mal wieder ganz was Tolles einfallen lassen. Die Beitragsaufwendungen für Rentenbeiträge werden zu 100% steuerlich anerkannt. Altersvorsorgeaufwendungen können steuerpflichtige Arbeitnehmer und Rentner ab 2023 als Single in Höhe von sage und schreibe 26.528 Euro bzw. 53.056 Euro in der Zusammenveranlagung zu 100% steuerlich absetzen. Im Jahr 2022 waren es noch 94%, die von 25.639 Euro, also 24.101 Euro steuerlich absetzbar waren. Wir haben ja die Änderung der steuerlichen Absetzbarkeit Ende des Jahres 2022 erfahren, weil die Doppelbesteuerungsurteile des BfH dazu geführt haben, dass Herr Lindner hier ab dem 01.01.2023 die volle Absetzbarkeit von Rentenbeiträgen, Altersvorsorgeaufwendungsbeiträge hier gesetzlich umgesetzt hat. Sie zahlen de facto zweimal Rentenbeiträge in die Rentenkasse ein, verringern oder gleichen sogar den Rentenabschlag aus und sparen sogar noch Steuern, indem Sie die Rentenbeiträge bis zum Höchstbetrag im Jahr 2023 von 26.528 Euro vollsteuerlich absetzen können. Ich finde, besser geht es nicht. Damit aber noch nicht genug. Für die zusätzlichen Entgeltpunkte gibt es aller Voraussicht nach sogar noch Rentenerhöhungen, zum Beispiel am 01.07.2023 wird aller vorsichtigen Schätzung nach noch ein Rentenaufschlag von mindestens 4% oben dazukommen. Ich kann nur eins sagen, der Rententurbo ist wirklich gezündet. Sie können diese Sache sogar noch weiter steigern. Wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben und weiterarbeiten, können Sie auf die Versicherungsfreiheit verzichten und weiter in die Rentenkasse einzahlen. Dann diese Beiträge beim Finanzamt steuerlich absetzen und durch den höheren Zugangsfaktor den Wert der Zuschlagsentgeltpunkte deutlich erhöhen. Also, wer Lust auf den eigenen Rententurbo ab 2023 hat, sollte einfach mal darüber nachdenken, vorzeitig in Rente gehen und den Abschlag, den er möglicherweise hier bei einer vorzeitigen Rente zu erwarten hat, über den Hinzuverdienst, wie beschrieben, ausgleicht. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel